Hallo und willkommen zu den kleinen Sport- und Spieltipps von der Sportjugend Rheinland. Heute habe ich Zielwerfen für euch vorbereitet. Dafür braucht ihr verschiedene große Behältnisse, wo man reinwerfen kann und Wurfmaterial. Ich habe heute einen kleinen Ball, ein paar Socken und ein Tannenzapfen zum Werfen. Im Prinzip könnt ihr aber alles nehmen, was ihr findet, solange es nicht so schnell kaputt geht. Und dann kann der Spaß schon beginnen. Ihr sucht euch einen Punkt, von dem ihr euch immer werbt und dann geht's los. Wenn euch das so einfach ist, könnt ihr natürlich den Abstand variieren, kleinere Gegenstände nehmen oder mehr als drei natürlich nehmen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020